Das Jahrhundertprojekt Europan am Gelände der ÖBB rund um den Bahnhof nimmt nun Formen an. Was hier entstehen soll, ist ein neues Stadtviertel. Die Vision ist bereits am Reißbrett entwickelt, die Umsetzung ist ab spätestens 2017 geplant. Bevor jedoch Stadtentwicklerpotenziale entfaltet werden, hat das Bahnhofsfest einen ganz besonderen Einblick in die Vergangenheit und Zukunft dieses Standortes gewährt. Sie sehen mich und ich bin erleichtert, ich bin entspannt, ich bin so froh, so glücklich, dass wirklich so viele Leute hier in Amstetten zu uns in die Remise gekommen sind. Es zeigt mir, dass ein grundsätzliches Interesse für den Standort, aber vermutlich auch für die Zukunft dieses Standortes da ist und das begeistert mich. Ein einziges Mal wurde die Remise, also der ehemalige Ring-Lock-Schuppen beim Wasserturm, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sie hat beeindruckt. Ja, es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, diese Hallen, die doch sehr viel Geschichte haben und die jetzt irgendwo darauf warten, entweder wiederbelebt zu werden oder dass hier Neues entsteht. Also man merkt richtig, ja, das hat eine Zeit lang seine Funktion gehabt, aber jetzt ist es abgewohnt, ja, teilweise auch sanierungsbedürftig. Man erzwingt vor allem an der Qualität, die hier entstehen soll. Es sollen ja Freiflächen entstehen, es soll vor allem die Lebensqualität hier auch ihren Platz finden. Nicht so, dass man nur sagt, man errichtet verdichteten Wohnbau, sondern es soll ja so sein, dass es auch wohnlich wird, dass verschiedenste Wohnformen der Generationen auch möglich werden und dass man vor allem die verschiedensten Einrichtungen von der Reichbarkeit fußläufig auch hier einplanen kann. Und ich denke mir, wenn das alles gelingt und hier auch eine gute Synergie zur Innenstadt gefunden wird, dann haben wir es geschafft. Experten waren an diesem Tag vor Ort, um einen Einblick in die Welt der Stadtplanung, des alternativen Wohnens, in die Visionen, wenn es um Bildung, Forschung und Entwicklung geht, sowie in den Bereich der E-Mobilität, der Wärme und Energie zu geben. Die Kellag Wärme ist einmal der größte überregionale Energiedienstleister in Österreich. Wir sind in ganz Österreich vertreten, haben 82 Fernwärmenetze und über 900 Heizzentralen, wo wir an die Kunden Wärme liefern. Und insbesondere in Amstetten haben wir ein Fernwärmenetz seit 17 Jahren und versorgen da die Kunden mit umweltfreundlicher Energie. Auf dieser Basis sollen die Adern des neuen Stadtquartiers gelegt werden. Wir sind sehr interessiert an diesem neuen Projekt, vor allem da mit innovativen, nachhaltigen und intelligenten Energiedienstleistungslösungen, eine sichere Wärmeversorgung zu machen oder Energieversorgung. Das Projekt befindet sich ja mitten in Amstetten. Fernwärme aus unserer Sicht ist sicher für die Grundwärmeversorgung ein super Produkt. Wir wollen aber natürlich auch Innovation reinbringen, sprich Wärmepumpen, sprich Solar, Photovoltaik und natürlich auch moderne, effiziente Energiedienstleistungslösungen, damit das Projekt ja auch dem entspricht, was seitens der Stadt und der ÖPP geplant ist, etwas Innovatives zu machen. Auch auf die Geschichte des Bahnhofes wurde nicht vergessen. So haben Bilder aus dem Archiv die Entwicklung eines geschichtsträchtigen Standortes dokumentiert. Wenn ich ehrlich bin, seit diese Veranstaltung kundgetan wurde, ist bei mir im Kopf der Film wieder abgelaufen von der damaligen Zeit. Vom Beginn meiner ersten Erfahrung mit einer Dampflokomotive als Lockheizer, später dann als Lockführer und die ganzen Strecken, die ich befahren habe. Da fällt es leicht, ein wenig in Eisenbahn-Nostalgie zu schwelgen. Ich kann verstehen, weil eine Schlagzeile jetzt in der letzten Zeit gelautet hat, Eisenbahn anblutet das Herz. Wenn man das sieht, das ist klar, ist verständlich, wenn man jetzt die leeren Hallen sieht. Und ja, da hat man ein sogenanntes Dampfrost betreut, dass er dann natürlich schweren Herzens Abschied nimmt von einem leeren Gebäude, das jetzt gegenstandslos und keine Verwendung hat. Ja, der alte Zeit, wenn man es in Erinnerung rufen möchte, am Stetten gäbe es wahrscheinlich in der Form überhaupt nicht, wenn nicht die Eisenbahn, Westbahn bzw. Kronprinz-Rodolfbahn damals geschaffen worden. In naher Zukunft werden die Weichen für ein Großprojekt gestellt. Eines, das eine einmalige Chance für die Stadt am Stetten darstellt. Ich stehe ganz positiv zu diesem Umbau und ich gratuliere der Stadt am Stetten, dass sie dieses Projekt zustande bringen. Also total positiv. Naja, man hätte schon ein bisschen was aufheben können praktisch. Da bin ich nachgekommen, man sagt, der Einglitter interessiert, der sieht sich das alles nicht mehr mehr. Mir ist eigentlich positiv, es sind ja wieder Warnungen da, was gebaut werden. Ich glaube, dass es einfach veraltet ist und die Eisenbahnwirt schon wissen, was es macht. Ich habe ja alles schon über das gelesen und ich weiß, was alles kommt und ich finde es toll. Bevor es jedoch in die endgültige Bauphase geht, steht die Remise noch für viele, viele Begegnungen offen. Musik 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 Musik